Wie ihr in eurem Chart oder Trading Paar, Gold, Nasdaq, was auch immer, den perfekten Trade findet, das zeige ich euch heute. Moin Leute und willkommen zum neuen Video. Heute habe ich für euch mal was mitgebracht und zwar haben wir letzte Woche hier, wo ich das gerade aufnehme, am Freitag hier, perfekt den Gold Trade erwischt mit unserer VIP-Gruppe. Alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Aber wir gehen heute einfach mal auf das Setup drauf ein und wie ihr genau so ein Setup findet. Auch wenn man sowas jetzt an einem NFP-Tag nicht unbedingt traden sollte, habe ich persönlich jetzt auch nicht gemacht, aber einige aus unserer Gruppe haben dieses Setup tatsächlich genommen und es hat wunderbar funktioniert, wie ihr hier schon seht, haben wir jetzt schon direkt ordentlich Profite. Und ich sage euch schon mal im Voraus, ich sehe Gold auf jeden Fall, dass das Ganze hier weiter Richtung Long geht. Warum? Das gucken wir uns jetzt sowieso mal an, also gleichzeitig Analyse mit Gold und nochmal, wie wir hier so ein perfektes Setup einfach finden. Ich habe dazu hier einen Indikator eingeladen, einfach ganz normal unseren Order-Block-Indikator. Den brauchten wir jetzt für dieses Setup nicht, weil ich meine Order-Blocks eigentlich immer selber dort nutze. Aber in letzter Zeit benutze ich diesen Order-Block-Indikator sehr, sehr gerne. Also hier ganz normal das Supply-Demand-Order-Blocks von JP7FX. Den könnt ihr euch einladen, lasst ihr komplett Standard, so wie er ist und der zeigt euch hier quasi perfekte Zonen, also perfekte Supply-Demand-Zonen ein. Und natürlich können wir das Ganze mit unserer normalen Strategie, also Smart Money Concept, kombinieren. Das ist natürlich dann richtig gut, wenn man diese Kombination in diesen Zonen dann einfach findet. Und dazu dann noch eine Abtrendlinie und so weiter. Da gehen wir jetzt drauf ein. Also wir sind jetzt erstmal im Tageschart. Wir gehen mal bei Gold rein, Tageschart. Und wir ignorieren jetzt erstmal, was da oben passiert ist. Was machen wir als allererstes? Wir müssen uns Trendlinien einzeichnen. Ja, ihr habt richtig gehört, auch bei Supply-Demand sollte man mit Trendlinien arbeiten. Warum sollte man das Ganze machen? Weil man das einfach als zusätzliche Bestätigung nochmal hat. Wie ihr hier seht, wir haben hier eine Trendlinie, die hier unten mit diesen zwei Wicks hier entstanden ist. Das heißt, dann haben wir hier einmal da nochmal einen Retest gehabt, hier nochmal einen Retest und jetzt nochmal einen Retest. Das heißt, diese Abtrendlinie hier funktioniert wunderbar und ganz wichtig, die kommt aus einem großen Timeframe, aus dem Tageschart. Das heißt, die zeigt uns hier wirklich, in welche Richtung möchte der Chart denn wirklich move. Das heißt, die müsste erstmal ordentlich nach unten hin durchbrochen werden und auch ganz wichtig, die müsste nach unten hin geschlossen werden. Also nur ein Rück nach unten reicht nicht. Das heißt, der Tag muss unter dieser Trendlinie quasi schließen, damit wir sagen können, okay, ab da an kann es jetzt sein, dass der Preis jetzt eine andere Richtung einschlägt. Aber generell sind wir jetzt natürlich für long. Wir haben jetzt hier gerade letzte Woche perfekt diese Position hier erwischt. Wie haben wir das Ganze gemacht? Aus dem kleineren Timeframe. Das heißt, vier Stunden Chart, da seht ihr hier schon, haben wir hier eine schöne Zone. Unser Indikator, den wir uns jetzt natürlich eingeladen haben, der hat hier keine Zone erzeugt. Nein, hat er nicht. Er erzeugt nicht immer Zonen. Wir können auch noch mal im 1-Stunden-Chart gucken, ob er da eine erzeugt hat. Das erkennt ihr immer an diesen roten und grünen Candles. Da macht er immer Zonen. Im Nachhinein wisst ihr dann, okay, die Zonen waren mal da. Der entfernt die, sobald die einfach durchbrochen wurden in beide Richtungen, dann sind die Zonen komplett gelöscht. Sonst wäre euer Chart ja auch komplett voll, nur noch mit Zonen. Das heißt, ich habe hier unten aber eine Zone selber eingezeichnet aus dem 4-Stunden-Chart. Warum habe ich das Ganze gemacht? Einfach, weil das hier eine schöne Imbalance-Zone ist. Und ihr seht schon hier die Imbalance von diesem kleinen Wig, von der kleinen Candle, bis nach hier ganz unten. Das heißt, das Wig hier, beziehungsweise das Wig fehlt einfach. Also ist da eine Imbalance. Das heißt, die Candle hätte eigentlich noch mit dem Wig komplett nach unten gehen müssen. Diese Candle hier, beziehungsweise diese Imbalance im Markt einfach füllen müssen, bevor das Ganze dann nach oben geht. Dann wäre die Zone hier nicht so gut gewesen. Aber jetzt wissen wir, okay, das ist hier eine sehr, sehr gute Zone. Dann natürlich Zone eingezeichnet. Hier nach rechts rüber. Und ihr seht hier, sind wir einmal kurz reingedippt und haben sofort von dort Kauforders bekommen. Ja, es war auch an dem NFP Day. Aber glaubt mir, mit der Strategie funktioniert das auch genauso gut. Ja, funktioniert das quasi immer. Naja, nicht immer. Immer ist immer falsch. Also 100% natürlich nicht. Aber sie funktioniert sehr gut. Ist halt meine Trading-Strategie. Mittlerweile, die Leute, die mich kennen, wissen, wie ich das Ganze trade. Und in Kombination mit diesen ganzen Punkten, die wir jetzt haben. Wir haben einmal hier unsere Abtrendlinie. Dann haben wir unsere Imbalance-Zone hier in dem Bereich gehabt. War auch schon mal ein guter Punkt. Dann haben wir ein Break of Structure nach oben gehabt. Hatten wir auch, ja. Wir haben hier diese ganzen Hochs und so weiter, haben wir hier gebrochen. Sind hier nach oben hindurch gebrochen. Haben hier ein neues Hoch gebildet. Auch ganz wichtig. Das heißt, unsere Imbalance-Zone hier unten ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, auf was warten wir dann? Wir warten quasi darauf, dass der Chart irgendwann dann mal wieder runterkommt. Kann natürlich da ein bisschen dauern. Vor allem, weil wir hier im 4-Stunden-Chart sind. Aber wir sind hier unten reingekommen. Jetzt aber nochmal ganz wichtig. Wir haben dazu natürlich hier unten noch einen anderen Indikator. Habt ihr ja schon gesehen. Den TSA-TDI. Ich verlinke euch den auch unten nochmal. Den müsst ihr per Favorit bei euch in den Indikatoren hinzufügen. Einen Tipp da findet ihr ihn nicht. Ihr müsst den aus dem Link in der Videobeschreibung, müsst ihr den einfach euch einfügen. Ja, den hatten wir hier unten auch. Ist nichts anderes wie ein ganz normaler Oscillator auch. Kann man da natürlich auch benutzen. Ich benutze den sehr, sehr gerne. Jetzt wollte ich euch aber nochmal kurz zeigen hier, dass wir hier auch noch eine schöne Divergenz hier in diesem Bereich haben. Das heißt, der Chart ging noch weiter nach unten, immer weiter nach unten gejobbt. Aber der Indikator hat uns schon angezeigt. Jo, das Ganze will hier aber schon Richtung Long. Das möchte gar nicht tiefer. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt hier, wo wir wirklich schon am Middle-Band hier wieder angekommen sind, obwohl der Chart immer noch weiter nach unten ging, war auf jeden Fall ein sehr guter Zeitpunkt, wo man das Ganze dann hier Richtung Long traden kann. Also auf so ein Setup, auf so ein perfektes Setup, warte ich quasi bei meinen Signalen. Wenn wir solche Setups dort haben, dann sind die wirklich 1a. Dann hat man da eigentlich so circa eine 95% Winrate, wenn man wirklich auf diese ganzen Punkte achtet. Was dann noch dazu kommt, da kommt noch eine Bestätigung, die ich auch noch habe. Das heißt, das sind so die Bestätigungen. Aber dann war es aus einem anderen Grund auch noch mein perfektes Setup, weil in diesem Bereich hier, wir gehen gerne im 1-Stunden-Chart, kann man es noch besser erkennen. Hier wurde Liquidity aufgebaut. Einmal hier oben in diesem Bereich, hier haben wir Liquidity und auch unten. Und das ist der beste Block, der passieren kann, bevor das Ganze dann nochmal nach unten riecht. Die Liquidity sich holt, Imbalance unten füllt und dann das Ganze Richtung Long geht. Ist das quasi noch so die Kirsche auf der Torte, wenn man auch noch das hat, dass hier die Liquidity komplett abgefarmt wurde und ihr seht natürlich auch hier im Indikator sehen wir eine deutliche Divergenz, in dem Fall natürlich seitwärts, aber hier unten unser Indikator ging schon Richtung Long. Also auch da eine Divergenz vorhanden, auch wenn sie nicht so deutlich ist wie im 4-Stunden-Chart. 4-Stunden-Chart wird definitiv auch gewinnen, weil es halt einfach dann noch eine viel größere Divergenz ist. Die kommt von hier ganz oben. Hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Das Ding läuft, ihr seht schon, es läuft immer noch weiter Long. Natürlich, das Ding wird auch noch weiter Long laufen. Warum? Weil wir das Ganze natürlich aus dem Tagesschart analysiert haben. Das wäre jetzt quasi auch so meine Analyse für euch für die nächsten Tage, für nächste Woche. Da wird das Video hier rauskommen. Da werdet ihr sehen, Gold kann sein, dass es noch ein bisschen seitwärts läuft. Der Plan ist es natürlich, Gold zu halten bis hier oben zu dem nächsten Top wieder. Weil wir sehen, Gold ist hier momentan in einem Abtrend. Ich mache einmal kurz die Order-Blocks hier aus, damit man es besser erkennt. Also Gold in einem Abtrend kam jetzt hier wieder ein bisschen nach unten. Aber wir sind hier wirklich jetzt wieder in einem guten Support-Level, weil wir haben jetzt hier wieder ein Higher-Low gebildet. Das heißt, schon mal ein gutes Zeichen. Wir haben hier oben ein neues High gebildet, also ein Higher-High, hier unten ein Higher-Low. Das heißt, es geht schon wieder Richtung Long. Natürlich kann das Ganze dann auch wieder nach unten durchbrechen. Da haben wir ja unsere Trendlinie. Dann wissen wir ja, sobald die durchbrochen wird, geht das Ganze dann doch wieder weiter Richtung Short. Aber momentan von diesem Standpunkt aus hier sehe ich auf jeden Fall Potenzial, dass Gold wieder nach oben gehen kann. Wir können natürlich hier in der Range bleiben. Was aber natürlich auch möglich ist, dass wir hier oben wieder diese Höhen erreichen werden. Das heißt, hier oben haben wir natürlich jetzt auch noch Zonen in diesem Bereich hier oben. Komplett Widerstandszonen bzw. Swing-Highs, die wir hier oben haben. Das ist natürlich jetzt eine große Zone. Wir können sie auch ein bisschen kleiner machen. Und so, es kommt ja aus dem Tageschart. Das wäre unser Swing-High quasi, wo wir dann hinterher auch hintraden könnten. Das heißt, vielleicht haben wir mit diesem Trade hier jetzt sogar den perfekten Einstieg hier gefunden, weil die News für den US-Dollar waren nun mal jetzt nicht gerade so gut, also waren eher schlecht. Das heißt, US-Dollar bzw. DXY geht Richtung Short. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass Gold dann Long geht. Das heißt, wir könnten hier sogar aus diesem Trade da oben diese Höhen hier anpeilen. Das wäre dann 8 zu 1. Wäre natürlich crazy, wenn man den Trade natürlich so lange hält. Denkt dran, ist ein Swing-Trade. Das Ding muss man natürlich auch lange halten. Aber allgemein große Analyse auf einem großen Timeframe bedeutet natürlich auch, dass man den Trade länger hält als nur ein paar Stündchen. Ja, im Endeffekt war es das schon. Kurz und knapp einmal alles zusammengefasst, was diesen Trade hier betrifft. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Das ist quasi so, wie ich so einen Chart analysiere. Das heißt, dieses perfekte Setup, das gibt es natürlich nicht so oft, wie man jetzt denkt. Man muss da wirklich danach suchen. Aber wenn man es dann gefunden hat, dann habt ihr doch so viele Bestätigungen und dann kann man da auch so viel riskieren, dass man sagt, okay, hier riskiere ich jetzt auch meine 1-2% und bin mir auch sicher, dass das Ganze läuft. Natürlich kann man das Ganze sogar noch upscalen. Das heißt, ihr könnt in einen kleineren Timeframe gehen und von dort aus dann einfach Scalping betreiben. Richtung Long das Ganze traden. Funktioniert natürlich auch. Ist dann natürlich eher was für die, ja, fortgeschritteneren Trader, ne? Nicht jetzt unbedingt als Anfänger. Als Anfänger wäre sowas natürlich richtig klasse. Sucht euch diese perfekten Setups. Die gibt es natürlich jetzt nicht nur bei Gold, sondern auch in allen anderen Charts. Die sucht ihr euch einfach raus und dann könnt ihr sie ganz easy traden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet hier ein paar Infos mitnehmen, die euch weiterhelfen bei eurem Trading. Ansonsten liked das Video gerne, kommentiert es und abonniert diesen Channel, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Wir sind auf dem Weg zu den 2000 Abonnenten. Die wollen wir dieses Jahr noch knacken. Ich hoffe, wir schaffen das, wenn wir alle einmal kurz den Abo-Knopf drücken. Ihr unterstützt mich dabei. Und falls ihr jetzt sagt, ja, mit den Analysen und so weiter komme ich noch nicht so ganz klar, könnt ihr auch gerne zu uns in die Gruppe kommen, in die VIP Trading Members. Dort lernen wir zusammen, dort traden wir zusammen, dort gibt es auch Signale, allem drum und dran. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Aber ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.